Hallo und herzlich willkommen zurück zu Raketen League, ich sag's immer wieder gerne auf Deutsch. Ranked, Bronze 1, 195 Punkte, zwei Facecams. Da ist der andere. Wir spielen gegen Dodo und Birago. Ich glaube er wollte Beagle schreiben und die sind wieder auf das R gekommen. Du kleiner Playmobil-Spieler. Wir müssen den Ball wegschießen, nicht uns selber. Okay, das war irgendwie... War genug geblockt zum Hochhalten. Ja. Auch wenn irgendwie alle drei aufeinandergegänzt sind. Nein, der war höher als ich dachte. Ah, easy. Siehst du? Sag ich doch. Da! Und du fährst vorbei. Durch beide Klinge sind die weg und ich fahr vorbei. Was ist der Fall? Ja, aber der wollte nämlich nicht, dass ich den Ball krieg, der Typ. Ja. Der hat die weggebrochen. Irgendwie verschindlich, ne? In der eigenen Hälfte. Ball kommt zu uns. Okay. Weißt du, was mich erärgert? Was? Dass ich nicht ein einziges Weihnachts-Special-Gimmick-Freischaltdinge habe. Bin ich voll traurig. So wie es zu Halloween war. Alles klar. Der Fehler war richtig. Hatten wir nicht, äh... Äh... Fuck. Schnelle. Hatten wir nicht... Schneemann mit so einem Scheiß gekriegt? Gute Frage. Ja. Aber ich finde, in letzter Zeit kriege ich irgendwie gar nichts mehr. Wahrscheinlich, weil wir eigentlich schon so gut wie alles haben. Ja, das kann sein. Ah! Grund, die geht dir, die Gere. Ey, Junge. Dreimal auf den Ball gefahren. Dreimal daneben gesprungen. Was ist bei dir los? Mössere, alle gucken. Wir sind bereit. Ja. Deswegen springt er auch beim dritten Mal wieder vorbei. Ja. War doch gut. Jawohl. Ist doch gerade auch gut. Da hat er einen Fehler gemacht. Ja, weil ich es gemacht habe. Deswegen war es so gut. Ja, ich will mich da dran wollen. Okay, bin ich nicht mehr. So, da dachte er. Oh mein Gott, der Ball. Ich muss in die Richtung springen. Ich glaube, der hatte die Ballkamera an. War einfach nur verwirrt mit den Richtungen. Das gesagt. So wie ich immer. Also immer. Auch wenn du sie nicht anlässt. Genau. Warte mal kurz hart nach vorne, Maschinen. Ich habe gerade ein bisschen rumgegast. Das war. Hi. Nachteil ist, dass ich das nicht sehe. Ja. Aber ich bin mal überlegen, ob ich die Facecams statt links und rechts machen. Lol. Jetzt läuft der dauerne. Dass ich die irgendwie beide in eine Ecke nebeneinander mache oder so. Dann kann ich dir zum Beispiel deine Ohren legen. Das ist nicht geil. Wo ich die so. Hauptsache die ersten drei Minuten passierten nichts. Und dann 20 Sekunden später 3-0. Ach ja, es gibt ja noch eine Neuerung bei Rocket League. Ich spiele das Ganze jetzt in 60 FPS. Statt in 30. Hauptsache du sagst, hui. Und gleich in Augenblick, der Typ hatte so einen Sternenboost. Und dieses komische Geglitzer-Klimper. Wie auch immer man das nennt. Okay, das muss ich mir angucken. Wie sind die Winterkinder? Was? Da bin ich doch schon. Und ich habe den Kacke getroffen. Also so langsam mit dem Fliegen. Ich traue mich ja mittlerweile ein bisschen was. Da geht das schon. Hui. Nein. Schade. Haben sie sich gegenseitig angeschaut. Verdammt. Und hepp. So, ach, daneben. Jetzt mach ich jetzt mal richtig. Äh, der hepp. Ja, komm. Das hat ein Tor, können wir den machen. Das muss stehen. Dann sehen wir mal, wer hat den Fehler gemacht. Ja, eindeutig du. Machst du nix. Schade. Ha, mein Brust. Das sind so diese 20 Sekunden. Ey, okay, jetzt müssen wir das nächste Mal wieder ernst. Das ist jetzt zum Beispiel. Ich habe ja direkt beim 3-2-1 angefangen mit der Aufnahme. Und bin jetzt schon wieder bei 6 Minuten. Auch wenn wir noch keine 5 Minuten mehr spielen. Ja, wegen ihr gut ist. Wir wollen den realen Platz. Ja, muss ja. Naja. Voll schritt. Ist mir egal. Hauptsache relativ vom Tor erstmal. Weg. So, da ist die richtige Richtung. Naja, es kommt nicht mehr mal kann. So, oh, kurz bis ins Zeitspiel. Alles klar, es ist gegessen. Wobei. Ja, ist gegessen. Ja. Sehr gut. Ja. 204, wie ich hier. So, das nächste Spiel verlieren wir wahrscheinlich eh wieder. So, suchen und dann gebe ich ihm. Der Behagel. Wenigstens schreiben sie auch GG, auch wenn sie es verloren haben. Nicht so wie wir. In welcher Ecke bin ich eigentlich? Unten links, ne? Äh, du bist... Ja, unten links. Da, wo, ähm... Ballkamera steht. Dann höre ich dich jetzt angucken. Nein, du bist... Das... Das hast du gerade nicht. Du hast es gerade aus dem Bildchen rausgeguckt. Hä? Ja, wegen Spiel... Wahrscheinlich wegen Spiel, genau. Du hast bei deiner Facecam die Spielung an. Voll blamier. Äh, äh, äh. Ne, doch nicht. Äh, lol. YS Marichino. Gegen den haben wir doch... Gegen dir gerade... WÄ? Rematch, Alter. Gegen die haben wir doch gerade gespielt. Ja, Mann. Muss ich gleich erstmal was schreiben. Wie haben wir verloren? Ich glaube 6-2, ne? Ich weiß nicht, ob die das haben. Ich glaube ja. Ach, die verändern für Probleme. Boah. Oh, der war gut, der war gut. Dann ruht sie. Ja, hab keinen Boost. Ist ausregend. Ist so. Voll immer die gleichen. Mitte. Mitte, Mitte, Mitte. Nice. Scheiße. Alles klar. Hipp. Hipp und... Drin. Fuck. Einfach mal schreiben. Rematch. Oh Mann, das war jetzt ein... Ach, die Klappe machen wir nicht. Okay, hörst du uns. Ja. 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 Ich hab ihn sogar noch weggeblockt, dass er nicht an den Ball kommt. Konzentration und ich damit... Boah, und jetzt macht die Facecam aus, ey. Und ich hab ihn wieder geblockt. Schade. Dachte, da kommst du dran. Ja, wie auch, oder? Ich wär' ich da nie hingefahren. Hätte, 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 Fahrrad, hätte. Aber war ein guter Zug. Okay, der war zwar kackegedienst, aber... Erstmal will er playen. Das weiß es ja. Ich muss sagen. Dammit. Nee. Ja, klar, dass er dran kommt, ich nicht. Okay. Versuchen, warte mal. Müssen wir, ne? Ein bisschen Druck machen. Oh, das ist gut. Druck machen. Das ist schlecht, Druck machen. Ja, das ist sehr schlecht, Druck machen. Da machen die jetzt gerade nur Druck auf den uns. Ich will den einen, der hinten stand zum Absnacken. Wollte ich zerstören. Genau in dem Moment ist der Boost weg. Sehr gut. Sehr geil. Ich dachte mir so, komm, fährst du nach hinten, holst du den großen Boost. Ah, hab ich zu spät reagiert. Hm. Fuck you. Aber die kommen aber auch überall dran, ne? Ja. Obwohl du frisch im Holz. Hui. So, also muss ich mal nach vorne. Jupp. Schade. Der war mega laggy. Ich bin voll gegen den gefahren. Und... Falsche Richtung. Immer noch falsche Richtung. Alles klar. Das ist richtig. Ach nein. Sorry. Navi kaputt. Alter. Da hat er mich erst mal... ...gemacht. Ja komm. Ach nö. Ich dachte eigentlich, dass wir... Fickern. Oder? So wie das hoch. Hm. Ach komm ey, wenigstens ein Tor. Weißt du, an was mich das immer erinnert, wenn sowas passiert? Wenn der Ball voll auf einen zukommt, am Anfang. Hm. Kick off. Ja, da haben sie dich gemacht. Ja komm ey. Fickt euch. Na ja, das ist... Ach komm. Wenn du... Schon wieder unten. Schon wieder. Ne. 13 Minuten erst. Noch mal die Stranding? Ja, mach. Komm. Alles special. Einfach so. Einfach. Einfach. Ich weiß auch nicht. Okay. Also diese Geräusche... Okay. Ganz ehrlich. Knorkator hat uns geantwortet auf Facebook. Ehrlich? Ja. Yay. So von mir. Ja, es bleibt hier nicht alles zu. Ne, ne. Da stand Sebastian Schulze. Wir auch. Weil du hast ja dir die ganzen Daten geschrieben. Ja. Und? Wahrscheinlich, äh... Da sind wir auch. Easy. Kernbehindert. Einfach nur. Kernbehindert. Oh, Notlösung. Notlösung. Sonst hätte ich dich weggemacht. So, was haben wir für euch? Zwei Profis. Das ist irgendein R... 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 K... Was weiß ich. R... R... K... Komm, den machst du aber. Den nicht machst du, ne? Barack. Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. Endlich zeigst du mir dein wahres Ich. Ich merke gerade, dass ich ziemlich guter Grütz bin mit einem Stuhl. Also mit einem Arsch. Da hat man irgendwie nur mal eine halbe Frisse gesehen. Nein, aber... Räuchte. Ja, ich habe ihn gestriffen. Das war eigentlich ziemlich gut. Und der war, der ist gut. Komm, die Masse. Nicht. War ja klar. Aber den macht er ja nicht. Schade. Der ist... Der ist drin. Oh, der ist nicht drin. Der ist drin. Der war kacke. Und den habe ich genutzt. Der ist drin. Nicht. Hehe. Weggesnackt. Vorsicht so. Ball weg. Und dann kommt er so. Oh. Genauso wie jetzt. Ich habe das Gefühl, ich kenne sie aber auch. Aber du versuchst sie jetzt auch, wie haben wir fliegen, ne? Ein bisschen, ne? Mehr solltest du auch nicht machen. Komm. Boah. Keine Ahnung. Und ich was? Lass es. Nein. Ja, du solltest es lassen. Boom. Bin ohne Boost. Kann doch. Alles gut. Ich sehe nix. So. Drei Minuten noch. Eins nur. Das ist aber durchaus gut machbar hier mit denen. Wenn wir uns nicht so plimmobilmäßig anstellen wie eigentlich immer. Jedes Mal, wenn es was haben wir. Meistens aber gar. Ja. Fuhren mal zum Testen. Aber hört man das nicht so krass, wenn man am Magen, ey? Ja. Geht mal auf den Sack. Da. Okay. Aber egal. War eh nicht. Reis. Bin so ließ wie ein Vulkan. Alter. Hm? Haben sie was zu bemängern? Ja, die schubsen mich die ganze Zeit nicht gegen. Ich mag das nicht. Baba, die schubsen mich. Oh, du komm. Oh, Mann. Voll die Aggressiven. El Aggressivo. Komm, 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 komm. Echt? Echt? Mann. Magen. Was war das, Alter? Das war mein Magen. Der ist irgendwie hart am eskalieren gerade. Was hast du denn hier gefuttert? Ähm, Nudeln mit Bolognese, alles selbst gemacht, also aus den Nudeln. Wahrscheinlich aber geht Zwiebeln im Korbloch an. Ja, sowieso. Das ist doch cool. Dann wirst du dich nicht gut. Eigentlich ist das nicht so. Eigentlich bin ich da gewohnt, so viele Zwiebeln und so zu fuddern. Ich krieg sonst nichts anderes. Ja, ist so. Warte, den musst du jetzt mal machen. Ach ja. Komm, eine Minute noch. Ich verschütze mich immer wieder, wenn die über die Bande spielen. Ne, den kriegt der nicht. Oh, den kriegt er. Alles klar. Herzlich willkommen bei Playmobil TV. Du hast es vorhin wieder erwähnt. Ja, deswegen. Let's play some Playmobil. Was? Komm, jetzt aber hier. Hallo. Nicht sich gegenseitig. Du hast doch gesagt, komm hier. Ja, komm, wir hin. Alles klar. GG. Warum fährst du da oder nicht da vorbei? Motherfuck, ey. Motherfucker. Motherfucker. Guck mal. Guck mal. Bleibt die Ruhe klar stehen. Ja. Komm. Komm. Weißt du, wir gehen uns nicht. Die Schnell machen wir wieder selber. Jo. Aber ist doch wieder zum Kotzen. Weißt du, fünf Minuten lang liegen wir 1-0 vorne. Ach, komm schon, ey. Weißt du, wirklich vier Minuten liegen wir 1-0 vorne. Und dann. Ja. Naja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschüss.